Der eine Tag muss nie gehören, denn Montag, Montag ist schon Tag Alien Zombie, are you there? Alien Zombie am Start, Jungs So Leute, da ist er, der Alien Zombie Im Death Valley Oh Da kommt noch ein normaler Wir wollen erstmal den Also Jungs, wir wissen jetzt, wo er spawnt Genau hier Im Dörfchen sozusagen Frisst natürlich ein bisschen mehr Frisst natürlich viel mehr Als ein normaler Super Zombie Alter Alter Wie viel schluckt er Er ist down Oh, Snipes angroben Kann bis zu 5 Snipes droppen Jetzt hat er 3 gedroppt MI-107, Blazer und Mauser und Rest zu K-Style und K-Style MVG Sehr nice Hier oben im Death Valley In dem kleinen Örtchen hier Was ihr ganz am Ende findet, wenn ihr einmal den Weg komplett folgt Wenn ihr im Death Valley oben rein fahrt Also ihr fahrt hier oben rein Und dann hier genau auf der Ecke Ist der neue Alien Zombie Immer zur vollen Stunde In Real Lifetime sozusagen Also ist jetzt gerade 20 Uhr 8 Also es warnt ja immer so Weiß nicht, lockt euch am besten So immer 2, 3, 4, 5 nach oben ein Also 5 nach 8, 5 nach 9, 5 nach 10 und so weiter Versucht das einfach mal Bei mir war er jetzt da Sehr nice Ja, warte Dich machen wir auch noch, Digga So Das ist der Loot vom Alien Zombie Eine Blazer Eine Mauser Eine M-107 Und eben diverse K-Style und K-Style MVG Helme Mit dabei Sehr nice Also kann man machen hier Mal hinzugucken Und das wäre die gerade auch wegen dem Loot, Leute Ja, das ist ja natürlich auch hier mega krass Was hier abgeht Und, ja Viel Spaß beim Looten Mega krasser Scheiß Also wenn ihr hier die Taschen nicht voll bekommt Dann weiß ich auch nicht Also neuer Favorite Spot auf jeden Fall Nach dem Patch 2017 Leute, ich bedanke mich schon mal fürs Einschalten Und, ähm Lasst mir doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat Und natürlich auch ein Abo Ähm, wenn ihr neu hier seid und noch mehr sehen wollt Ich werde definitiv nochmal hier eine Loot-Tour machen Zu Death Valley Weil hier liegt noch viel mehr Und da ist noch viel mehr los da draußen Und da werde ich nochmal eine Loot-Tour machen Nochmal eine größere Ich wollte euch jetzt bloß mal den Alien Zombie zeigen Und dass er auch besser droppt Weil ihr habt vielleicht das Video mit dem Alien Zombie gesehen Ähm In Emerald Peak, die das vorher gemacht haben Und der Drop war ja Sowas von für'n Arsch Und, ja Also merken Alien Zombie Im Death Valley Oben im E12 ist das glaube ich 12 Und Das E, genau Hier oben Genau an der Ecke Hier spannt also der Super Zombie Beziehungsweise der Alien Zombie Äh, wie gesagt Loot-Tour, wenn ihr Bock habt Schreibt es in die Kommentare Wenn ihr die sehen wollt Und, ähm Hey Krasse Scheiße Neuer Favorite Spot Definitiv Ich mach einfach eine Loot-Runde, okay? Wir machen das einfach Weil hier ist Ich muss euch ja die Ecken zeigen Und Wo ihr alles looten könnt Und Was ihr alles looten könnt Und Krank einfach nur Einfach nur krank Das Teil kriegt von mir einen Daumen nach oben Dicken Daumen nach oben Fetter Fetter Platz Auf jeden Fall Da gibt's was zu sehen, Leute Bis zu 5 Snipes Pro Drop Auf jeden Fall - - - Bis zum nächsten Mal.